Unsere Komodowarane hatten diesmal deutlich die Nase vorne und sind somit Tier des Monats August. Komodowarane können bis zu 3 Meter lang werden und vollgefressen ein Gewicht von über 100 Kilogramm auf die Waage bringen, was sie zu den größten Echsen der Welt macht. Hunger haben sie allerdings nur selten. Doch wenn sie dann mal fressen, schlagen sie so richtig zu und sind dann wochenlang gesättigt. Wer soll nächsten Monat gegeneinander antreten? Schreib uns deinen Vorschlag in die Kommentare.